Yeah, für all jene, die nicht zuschauen, das ist mein Kanal, mein Dings, mein Blooms. Auf Stream sind keine Leute, nur ganz, ganz wenige, aber immerhin. Ich habe schon einen alten Mann mit Glatze gepostet gekriegt, finde ich gut. So, und jetzt fangen wir an zu kämpfen. Finally a fight was bored before the talking. Okay, continue. I see you're not easily count. Klar, natürlich nicht. I beg you, be careful and please don't let Oleg do anything too risky. Natürlich nicht. Oleg, geh vor. Svetlana, go hide inside. We are going to meet our guests. Und Bocken hilft im Übrigen auch. Time passed 6 Stunden und irgendwas Minuten. Finde ich gut. Ja. Also für diejenigen, die mir noch nicht zugeschaut haben. Ich schreibe meinen Namen in deine Haut. Wow. Bocken ist aber ziemlich cool. Der macht ja ziemlich brutalen Rums. Der hat ja quasi alle umgebracht auf einmal. Okay. Du. Kannst du judgment piercing nehmen und den angreifen. Du, meine Liebe, gehst in den Rage und machst einen Assault auf diesen Bandit. Du, meine Liebe, greifst auch den an. Und ich bin fähig und greif niemanden an. Na, oh ja, ich greif auch niemanden an. Die, 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 die... die, die in die Tür reingehen. Das wär's. Okay. Yay, Amiri. Kille. Okay. Ich glaube, wir können nicht viel mehr machen, als einfach zuschlagen, da wir ähm, nur Nahkämpfer sind. Also machen wir das doch glatt. Ja, ja, greif nicht nach. Wobei, ich glaube, ich kann ja Studied Target, genau. Mit einer Move Action einen Targeten. Äh, es ist keiner mehr da. Wir haben schon alle gekillt. Autsch. Na, da ist noch einer. Okay, meine Liebe, Targeten diesen Typen. Und dann greifst du ihn an. Hast du ihn getargetet? War's das? Hm, schaut gut aus. So, der Kampf war ja nicht zu schwer. Nehmen wir alles. Das gehört uns. Es war gut, dass wir den Bocken überzeugt haben, dass er mitmacht. Collect all. Nocerus. Nocerus. Wir haben einen Cloak of Resistance plus eins gekriegt. Finde ich gut. Wer hat den eigentlich, ähm, identified? Wir haben keinen einzigen Magier dabei. Na, okay. Mein Stream ist auch leise. Das heißt, wir können weitermachen. Mit, was auch immer wir tun wollten. Inventory. Diesen Dings ziehen wir gleich mal an. Yay. Umhang. Bocken. Oleg, das war spitze. Oleg ist brätschig Heavily, aber er schaft his fist in die menacingly. Your rats got what you deserved. Now, they'll know better than to treat honest people like cattle. Okay. Now, Bocken, he hat taught them a thing or two as well. Yay, Bocken. Gutermann. Now, my lady, head on up to the guest rooms on the second floor. You deserve some rest after such a battle. I need to clean things up. Finde ich gut. Heißt das wir können jetzt endlich schlafen und uns ausreisten. Wieso sind wir jetzt nicht mehr verschla... Achso, wahrscheinlich hat er automatisch das gemacht. Na gut. Soll sein. Hey, hier sind Sachen, die wir auseinander nehmen können. Yay. Wir nehmen alles. Potatoes. Wir sind die ärgeren Typen. Wir nehmen alles mit, was nicht nid und lagefest ist. So, Svetana. Sie sagt mir nichts mehr. Gibt es noch was? Warte mal, irgendeine was? Ja, ich glaube mit Tab hat man die aufgemachten Sachen gesehen. Ich hoffe es zumindest. Jo, Kinder. Hey, ein Hund. Aber wir können es nicht ansprechen. Mit Divinity kann man mit den ganzen Viechern auch sprechen. Das ist so lustig. Hey, da ist eine Kiste. Uuuuh. Warte mal, ist das Zeug. Wurscht. Wir nehmen es einfach. Sicher ist sicher. Uuuuh. Guide for travelers. Hunters and explorers. Nehmen wir auch. Wir nehmen alles. So. weh nehmen and bett und schlafen. weh weh up from a nasty dream that tortured you almost all night. In it you saw a wall of unnatural thick fog that surrounded you slowly moving closer and closer quick look out of the window and you find out that the fog was not a figment of your imagination nor dream and then guardian of the blue can you hear me please teams that only you can see or hear the nymph ja die anderen schnarchen ja auch who are you fragen wir mal das ist freundlich die spricht zu uns da nicht lesen so langsam ach ich bin ein nymph der guardian dieser area der verletzte guardian nymph nymph blühen wenn du möchtest du bist eine böse verlogene kuh ziege bösartigkeit was du mir noch schwierigkeiten machen wirst ich blühen mit so her her natürlich sagen wir das warte mal wir sind ein mädchen ja 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 was willst du von mir natürlich Natürlich! Okay, wir haben es alle gedreht, oder? Ja. Es schützt sein Fortress und seine dunklen Däden. Alle wieder weg. Passt. Ich kann nicht wissen, wie er es ist. Kann ich wissen, wie er es ist. Kann ich wissen, wie er es ist? Ja. 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 Ja, ja. Wie kann ich dir helfen? Wir sind ja, die Gugeln. Wir sind ja, die Gugeln. Nein, wir sind ja, die Gugeln. Wenn ich nur konnte, wie es wurde, aber meine Macht wagen. Ich habe wenigstens die Kraft, um dich zu sagen. All ich weiß, dass irgendwo in dieser Gugeln ein altes Haus liegt. Und wenn es mit den remnanten von einem verrückten Kraft ist. Der Staglord und seine Truett waren da. Die Gugel schützt diesen Ort von mir. Aber ich kann dich auf den Banditern, neben der Thornford. Mach sie dir, wo dieser Ort ist. Geh da, und hör auf die Gugel. Catch die Gugeln. Ja, 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 ja. Also sie will, dass wir herausfinden, warum da so ein Gugeln ist. Gut, all right, farewell. Ja, natürlich nicht. Ja, natürlich. Weil du es heraufbeschworen hast. Böse Kuh. Böse, 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 böse. Aber wir machen es natürlich trotzdem, weil wir die Guten sind. Wir sind nicht die Guten, wir sind die Bösen. Verdammt. Ich habe gar nicht gefragt, was für mich drinnen ist. Ich konnte es nicht fragen. Finde ich nicht richtig. So, die sind alle unten jetzt, oder? Oh, was ist da drin? Hey ho. Uuuuh. Ein Scroll of Ray of Enfiblement. Und eine Pursion of Wannish. Das ist gut. Nehmen wir alles. Nehmen wir gleich zur Hand. Nein, habe ich sie jetzt getrunken? Ich hoffe nicht. Wahrscheinlich habe ich sie getrunken. Idiot. Warte mal, was ist das? Wir pushen auf den Large Person. Die geben wir natürlich am Miri. Die macht nämlich den meisten Schaden. Und mit den Large Person kann sie auch wenigstens alles kaputt machen. Es gibt keinen in meiner Gruppe, der das lesen kann. Das ist natürlich spitze. Nein, Gott soll es sein. Gehen wir mal runter. Schauen wir, wie es weitergeht in der Geschichte. Mufasa. Okay, wer ist das? Ein Noriel, Eight Eyes. Hier bist du. Die Elf sieht straight at you. Through the tangled hair falling over her face. Ja, das spricht nicht. Hey, you're an adventure, right? Seeking for fortune in the stolen lands. You are the only one of your kind. Here, take my advice. Keep your eyes open and watch your back. Sometimes the ones who call themselves your friends are more dangerous than your enemies. Ja, das weiß ich. Who are you? Oh Gott, so viel Text. Ein Noriel, Eight Eyes. Once upon a time I was famous throughout Absalom. Wir können da überall, wo sowas grünes ist, das ist Ur Org, kann man da noch zusätzlichen Text dazu holen, damit man weiß, was Absalom ist. Also man kann stundenlang damit verbringen, Text zu lesen. Das ist besonders gut für Schüler mit Leseschwächen. Vor allem in Englisch. Ich weiß nicht, ob es das auf Deutsch auch gibt. Gute Frage. Für die zwei echt jetzt? Ich verschenke zwei ja. Ah, ich weiß wer du bist. Ja, du hast sie nicht verdient im Nachhinein betrachtet. Du hast so viel Schwachsinn gesagt, das war unfassbar. Ja, da kann man jetzt auch nichts machen. Dafür hast du vier ein Dings in Biologie gekriegt. Das war verdient wahrscheinlich. Keine Ahnung. Dort hätte ich dir eine bessere Note gegeben. Wahrscheinlich wäre es angemessener gewesen, wenn du dort und da einen Dreier gekriegt hättest. Zumindest. Das nennt man ausgleichende Gerechtigkeit wahrscheinlich. Aber dir kann es eh wurscht sein. Und Matura ist Matura. Das nennt man ausgleichen. Das nennt man ausgleichen. Ja klar. Komm mit. Wir freuen uns immer. We may be sitting here in the backwoods tavern, but in Absalon. I have a lot of friends who are eager to make a few coins. They have brave hearts, but shallow pockets. A little gold would be welcome. Change for them. I can send them a message and they will come from Absalon through a portal. Echt jetzt? Du kannst Portale machen und uns irgendwo hinschicken? Könntest du uns bitte auch ein Portal zum Stag Lord machen? Am besten mitten in der Nacht während er schläft, damit wir ihn von Hinterrücks erschlagen können. If you're interested, just give me a sign and we'll arrange everything right away. Okay. Aber ich fürchte das kostet mehr als wir haben. Okay. Und da haben wir noch. I need loyal and experienced fighters. I have friends like that. Just decide who exactly you need and they will come on my signal. This will cost you 2,000 gold pieces. Ooh. Seidhold Goldstück ist gar nicht mehr so teuer. Well, I'm not going anywhere. Okay. I'd like to use the tutor services of the Pathfinder Society. Was ist das? Certainly. As promised. The first three times you request retraining the Pathfinder Society tutors. Ah. Man kann retrainen. Das heißt, man kann seinen Charakter umarbeiten. Nein. Machen wir noch nicht. Ah. Ja. Would you like to join me? Ha. No. I've got enough things to do already. You'd better manage on your own. Ah, klar. Von wegen famous. Ha. Faking. Ja. Wir dürfen nicht vergessen, wir sind Lawful Evil. Das Problem ist, ich habe das ganze halb durchgespielt mit einem chaotisch Gut Charakter. Das heißt, wir müssen auf alles ganz anders reagieren, als ich das früher gemacht habe. Das macht mich ein bisschen wahnsinnig. Ja, ja. Okay. Sie hat eine schlechte Vergangenheit. Oh mein Gott. Eine wirklich schlechte Vergangenheit. Eine Vergangenheit, über die sie sehr viel reden will. Noch mehr reden will. Ach. Danke, dass du aufgehört hast zu reden. Mhm. I want to know more about the Pathfinder Society. What exactly are you interested? What is the purpose of the society? Eigentlich würde ich das gar nicht wissen. All sorts of adventures. Ja, 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 ja. Who does this society support? You mean, who does it serve? No one in particular, bla, 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 bla. Freelance-Abenteurer, die ihre Seele für ein wenig Geld verkaufen. We'll talk about this later. Writing your story. Remind me how the last campaign of the Reckless Six began. What happened to Ren Church? Let's talk about what happened to Ren Church. Ich glaube, das war der, der sie betrogen hat. I have no wish to fill your sleep with nightmares when you prove that you can stand firm in battle, that you can achieve victory without losing yourself along the way. Then I will tell you the horrors what waited on Ren Church. Finde ich gut. Ja, ist egal. I have to go. Interessiert mich nicht. So, wo sind die anderen? Keiner da? Wo sind Mitzvetlana? Hast du was zu sagen? What did you want to ask me? Nein, keine Nachrichten. Alle meine Schüler weg. Finde ich gut. This is a very personal request. And maybe not important enough for your time. I'll completely understand, if you say no. But the first time the Staglord Tags came here, demanding money, they also took my wedding ring. Just tore it off my hand. It's just a trinket really. But it meant so much to me. Was springt für mich aus. Remember every moment of the day Oleg came, bla 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 bla. I can't promise anything. But if you do come across your ring, I return it for you. I have more important things to worry about. Hmmmm. Wir nehmen das zweite, weil wir können ja schließlich auch verkaufen... ...wir lassen keine Gelegenheit aus... ...ass dem wir Lowanks und das werden immerhin unsere Untertanen werden hoffentlich bald! Tell me about yourself, how did you and your husband find the courage to establish a trading post in the stolen land? It was Olegs idea, though I supported him in it. Aber jeden Tag länger bereue ich es ein wenig mehr, das sagt sie natürlich nicht, aber meint sie. Ah, ja, 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 what can you tell me about the Stag Lord? Ah, he is not just some average bandit, if no one puts a stop to him, he will turn the stolen lands into his personal kingdom, kingdom of fear and oppression, klingt good. Ja, und er wird nicht anders sein als wir. Hm, you may be right, but life without hope is just too bitter. Ah, das stimmt ja gar nicht. Du wirst hope haben. Du wirst hope haben, dass wenn du die Steuern bezahlt hast, vielleicht noch genügend Geld hast, um dir ein Abendessen zu kaufen. I have to go. Farewell. Ich glaub, dieses Spiel ist nicht dazu geschaffen, dass man es böse spielt. Okay, na gut. Passt. Danke mal. Was ist hier? Oleg. Oleg greets you with a quick nod, so the bandit breaker arrives. Seid ihr the bandit breaker? Well, anyway, new day, new troubles. Have you seen the fog? Never seen anything like it before. The road to rest of. Looks like someone spilled milk. And it just hung in the air. I couldn't see anything. Blah, 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 blah. Show me your wares, Oleg. Tell me about yourself. Wir verkaufen zuerst Zeug. Das ist das. Ja, ich finde es schon funny, um ehrlich zu sein. Haben wir gesagt, dass wir freundlich sind? Ich glaube nicht. Schau. Wir haben außerdem nicht nur Geld, wir haben vor allem Zeug. Und mehr Zeug. Yay. Und... Haben wir da noch was? Und noch einen strange thing. Und Stuff, das wir vielleicht irgendwann mal brauchen. So. Light Maze plus one können wir uns definitiv nicht leisten. Wir haben 1000 Goldstücke, dafür kriegen wir 480. Das heißt, wir haben 1500 Goldstücke zur Verfügung. Das heißt, magische Waffen ging einmal gar nicht. Ja, dann würde ich fast sagen... Warte mal, wie viele Dings haben wir? 4 Camping Rations, das passt. Wir können also einmal campen. Im schlimmsten Fall irgendwo, wo wir Punching Dagger... Ich habe keine Ahnung, das war vielleicht ein Fehler, dass ich mich auf diese Waffe spezialisiert habe. Na gut. Deal. Achso, warte mal. Da gibt es noch Zeug, die ich auch kaufen kann. Eine Perle. Noch so eine Disc. Und diese zwei Bücher. Beim ersten Mal habe ich diese Bücher alle gesammelt. Aber in Wirklichkeit, ich habe keine Ahnung, ob die Bücher irgendetwas bringen. Wahrscheinlich eher nicht. Okay. Na dann. Passt. Hey Oleg, sprich nochmal mit mir. Okay. Er ist also ein Loner. Es ist natürlich gut, dass du dein Gasthaus hast. Wenn du andere Leute nicht magst. Take care of the Stag Lord. Do you know of anything that could help me find him? That's quite a task. You've set yourself on the Stag Lord as a fortress somewhere in the area, but only a few chosen from the mistrusted of his rebel. Are invited. The location of the fortress is a heavily guarded secret. Okay. Was noch? Not much. Not like I've sat down. Ja. Let's just see. Passed. You kill a person if they so much as disagree with him. He never reveals his face. Those who've seen him up close report the same thing. Ugly scars cover every each of his skin not covered by his clothes. Das wird's bei mir nicht geben. Keine scars. We'll speak about it another time. Okay. Herrschaften. Auf YouTube hören wir jetzt mal auf. Ich sage eine wunderschöne gute Nacht. Und ich hoffe, es hat euch gefallen, obwohl ich die ganze Zeit auf irgendeinen Chat verwiesen habe, der gar nicht da war. Okay. Also, oh ja, er war da. Aber sehr viel hat er auch nicht geschrieben. Okay. Bis dann, meine Lieben. Schlafgerut träumt was Schönes. Ich hoffe, es Champions Hotels ist alles. Ich hoffe, es OWN FAS. Jetzt wo auch kocht. Pick Le directed bis indiker an auf der cooks bemerge! Wir finden, Pettern Eiffelden! Untertitelung des ZDF, 2020